Süße Träume Katja Katze saß in ihrem Sessel und las in ihrem Lieblingskochbuch. Sie überlegte, was sie zum Abendessen zubereiten sollte. Den ganzen Tag lang war sie auf den Bäumen im Garten umhergeklettert und nun war sie sehr müde. Noch während sie in dem Kochbuch blätterte, schlief sie ein. Als sie aufwachte, wunderte sie sich, dass sie gar keinen Hunger mehr hatte. Sie hatte im Traum ganz viel leckeren Fisch gegessen.